Dieser LKW ist ausgerüstet mit einem Ladekran, der eine maximale Reichweite von 20,6 Metern hat. Selbst bei dieser Auslage von 20,6 Metern hat er noch eine Hubkraft von 1180 Kilogramm. Für spezielle Einsätze ist der Kran mit einer Seilwinde für eine maximale Seillast von 3500 Kilogramm ausgerüstet. So sind wir in der Lage, Kranarbeiten sowie Montagearbeiten zu erledigen, sowohl in die Höhe als auch in die Tiefe.